Herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel von Let's Play Faster Than Light hier in der Bildergalerie, in der Advanced Edition und es sieht katastrophal aus, die Karre wird nur noch durch Kaugummi und Zillophan zusammengehalten. Wir haben es in den Shop geschafft, die uns dann zum Glück doch noch präsentiert wurden, nämlich zwei auf einen Haufen. Ich hätte es irgendwie früher gebrauchen können, aber mit ordentlichem Willen ist es geschafft worden. Die Crew Motivation ist gering, würde ich jetzt mal so sagen. Überall zieht es rein. Was tun wir zuerst? Wir kaufen irgendwas. Geld nämlich haben wir. Und in der Advanced Edition gibt es ja ein bisschen mehr, aber ich könnte auch noch zur Not was verkaufen. Das wäre okay, aber ich habe, also das sollte ich vielleicht sogar tun. Ich habe nämlich genug Leute, die Sachen reparieren können, inklusive Engi, die da ziemlich gut drin sind. Was gibt es denn hier? 52 würde ich bezahlen, um meine Hülle komplett zu reparieren. Es gäbe weiterhin zu kaufen, wenn ich nicht vielleicht doch an meinem Schiff noch ein bisschen rumbastle. Hier gibt es nur eine Page. Sehr schade. Die fortgeschrittene Navigation. Fast and Light Navigation. Ich kann also zu jedem Weekend, den ich besucht habe, direkt zurückspringen. Kann gut sein. Gibt dem Ganzen noch ein paar mehr Möglichkeiten. Backup-DNA-Bank. Ich kann die Leute, ich kann meine Crewmitglieder in einer DNA-Bank abspeichern. Das ist okay, brauche ich aber jetzt nicht unbedingt. Und Sultan-Shield-Bypass. Okay, Super-Shields. Keine Ahnung, was das sein soll. Kenne ich nicht. Was tue ich? Was tue ich? Hullbeam für 70. Das ist eine fiese Waffe. Das ist eine fiese Waffe. Braucht zwei Power. Braucht allerdings runtergeschossene Schilde. Und kostet 70. Und eine Hull-Missile, die also die Hülle durchbricht. Das gefällt mir alles nicht so gut, muss ich dazu sagen. Ich brauche Treibstoff. Und ich werde an dem Schifffahrt rum basteln. Ein paar gute Sachen dabei gewesen. Aber jetzt nicht so berauschend, dass ich den Rest meines Lebens in Jubelstürme ausbrechen würde. Sind voll, haben ein bisschen Sprit. Haben das. Wir verpissen uns sowieso gleich in den nächsten Sektor. Schade, dass hier jetzt nicht mehr drin war. Ich gucke mal kurz, vielleicht kann man ja noch... Könnte man noch den Sprung zu dem? Da wären sie dann da und dann hätte ich wieder den Kampf mit ihnen. Ich muss mich verziehen. Das werde ich auch machen. Allerdings werde ich vorher noch eine Powerbar holen. Und überlegen, was ich denn tue. 50 für die Schilde, für den zweiten Schild. Oder gehe ich noch auf Evasion, hätte ich 30 und noch eine Powerbar, könnte ich den Sauerstoff abschalten. Könnte bei den fiesen Waffen, die mir hier entgegentreten. Kann nicht so blöd sein. Ich habe jetzt erstmal nichts gegen genug Fähigkeit zum Ausweichen. Ich kaufe erstmal die. Dann kaufe ich noch das. Dann habe ich zumindest jetzt erstmal eine 30er Evasion. Und habe sogar noch den Sauerstoff an und die Waffen. Das ist gar nicht so verkehrt. Okay. Und das heißt jetzt, wir verschwinden hier aus diesem zweiten Sektor. Mehr schlecht als recht. Aber zumindest überlebt. Und los geht's. Alle noch da, alle in den richtigen Positionen. Das sieht gut aus. Ja, ja. Und ja. Ab in den nächsten Sektor. Schauen wir mal. Die Sultan oder die Engi. Wir haben viele Engi. Das ist gar nicht so schlecht. Ich fliege mal in die Engi Homeworlds. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Vielleicht hat doch das große Glück. Okay, sie sind bereit zu helfen. Obgleich der Fall der Föderation auch bei ihnen Spuren hinterlassen hat. Schauen wir mal, was es hier gibt. Idealerweise wäre vielleicht der Weg oben lang zu wählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunze. Dann habe ich mehr Möglichkeiten. Ich fliege definitiv nach oben. Und würde diesen Weg wählen. Und dann schauen wir mal, was das bringt. Ich brauche schon wieder Treibstoff. Ich hätte doch mehr kaufen sollen. Ha. Und was gibt es? Eine Refueling Platform. Und wir werden dort mal andocken. Mal schauen, ob wir dort ein bisschen was abgreifen können. Fünf Treibstoff gegen fünf Scrap. Und ich habe es nicht, weil ich keine fünf Scrap habe. Das ist ein Mordsangebot und ich kann es nicht annehmen. Ha. 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 Ja, wir kommen in ein großes Schlachtfeld. Verschiedene und größere Schiffe. Haufen Bracks. Bracks. Und wir durchsuchen das Teil. Ja, jetzt habe ich die 15. Aber ich kriege auch Treibstoff. Drei, sehr gut. Niemand ist gefallen. Alles gut gegangen. So halbwegs zumindest. Wir können weitermachen. Distress, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und zwar über diesen Weg. Okay. Okay. Jetzt muss mal was passieren. Eine mobile Dockstation. Grüßt uns. Die würden die Sensor-Subsysteme aufpimpen für 20 Tacken. Jetzt weiß ich gar nicht. Ist das ein gutes Geschäft? Das ist kein gutes Geschäft. Ach, wir machen das. Machen wir einfach mal. Jetzt ab zum Distress. Zum Notruf. Schauen wir mal, was dort passiert. So. Kommt von einer kleinen Raumstation in einem unbewohnbaren Planeten. Also um einen unbewohnbaren Planeten. Das ist wieder ausgezeichnete Storage. Sie haben ein Problem mit ihrer Satellitenverteidigung, die rumschießt. Wir versuchen mal zu helfen. Und hier zeigt es sich aus, dass wir Engi-Crew-Mitglieder haben. Normalerweise hätte ich einfach nur draufschießen können und sehen, was da passiert. Aber dadurch, dass ich Engi-Crew-Mitglieder habe, kann ich versuchen, es zu reparieren. Das sind dann diese blau hinterlegten Möglichkeiten, die sich eben nur dadurch ergeben, dass man entweder diese Crew-Mitglieder hat. Oder bestimmte Wachensysteme oder wie auch immer. Wir versuchen das. Uh. Okay, der Schritt. Er schafft's. Und bringt die künstliche Intelligenz wieder unter Kontrolle. Und sie rücken einiges raus. Zwei Kohlen, eine Rakete und 37 Tacken. Das ist ziemlich gut. Kann ich sehr gut gebrauchen. Denn Distress hat sich gelohnt. Und jetzt fliegen wir mal hier hin. Wie gesagt, es zählt immer noch, so viel wie möglich abzugreifen. Ein bisschen zu viele Shops hier. Ein bisschen zu viele Shops sind mir hier. Aber ich kaufe den Treibstoff. Drei bin ich dann bei acht. Damit sollte man eigentlich über die Runden kommen. Ich kaufe alles. So. Das ist gut. Und weiter geht's. Das wäre blöd. Wir fliegen hier oben an. Die Moral der Crew hat sich hoffentlich wieder etwas erhöht. So. Sag mal. Noch ein verlassenes Schiff gefunden. Das durch den Raum, durch das System driftet. Ja, eins von den vielen, die vor den Rebellen fliehen. Also eins. Ein Bruder im Schiffswrack. Schauen wir mal. Wir grüßen sie mal. Sie wollen drei Raketen haben und geben uns zwei Drone-Parts. Und das lehnen wir herzlich ab. Damit kann ich einfach hier nichts anfangen. Wieder nichts. Mann, Mann, Mann. Wir leben noch. Das sollte man mal auf der Habenseite verbuchen. Okay. Wir finden ein nicht identifiziertes Schiff. Schwer angeschlagen. Es sind Piraten. Sie haben ein Schiff am Wickel, die noch einen Notruf absenden wollten. Und sie würden die Beute mit uns teilen, wenn wir sie in Ruhe lassen. Das können wir natürlich nicht machen. Die Starsheriffs sind unterwegs. So funktioniert's nicht. Try to be a hero. Attack the Pirates. Mal schauen, was sie drauf haben. Das ist jetzt der Vorteil der Advanced Sensors. Wir sehen, wo die Jungs rumstehen. Und den ersten... Sie haben ziemlich heftige Waffen. Den ersten gebe ich deshalb mal in ihr Waffensystem. Das tut... Ah, Mist, Mist. Ja. Eine Fahrkarte gezogen. Vielleicht kann man ihn töten. Das sieht man jetzt netterweise. Zu wenig, zu wenig, zu wenig. Sie holen... Was ist das für eine Waffe? Oder tut ihr mir irgendwas an? Ach, die legt mein Schild aber mal ordentlich lahm. Gut. Spiel da mit, Freundchen. Und damit kannst du auch sterben. Hau da ab. Zur Reparatur. Also, um sich selbst zu reparieren. Den werde ich jetzt nicht kriegen. Ich schieße trotzdem weiter auf die Waffen. Die sind alle ausgeschaltet. Das ist das Beste, was ich machen kann. Jetzt wollen sie abhauen. Nix da, Freunde. Nix da. Diesmal... Ich lasse hier nie... Hahaha. Weil ich es auch einfach verpenne, auf ihre Dings zu schießen. Auf ihre Brücke. Jetzt muss auf jeden Fall der... Ja. Das war schon ganz gut. Nochmal drauf. Ne, ich mach das... Ne, 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 ne. Leute, ihr entkommt mir nicht. Ja. Okay. Okay. Bisschen viele Raketen verschossen. Gut was dafür gekriegt. Und das von den Piraten angegriffene Schiff dankt uns. Sie haben bloß nichts. Ideal war's nicht. Kohle ein bisschen was abgestaubt. Das ist in Ordnung. Ich würde beginnen, an den neuen Schilden zu arbeiten. Die sind hier bitter nötig. Das ist mal klar. Und das machen wir auch. Und demnächst dann ein paar Powerbars dazu. Zwei Stück brauche ich. Dort ist ein Store. Toll. Mehr oder weniger verkackt. Bringt mir jetzt nichts. Ich flieg hier weiter. Schauen einfach mal, was wir hier machen können. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas abzugreifen. Ein Engi-Schiff. Bewaffnet bis an die Zähne. Nicht so gut. Wir versuchen den mal klar zu machen, dass wir Freunde sind. Sie sind hoch erfreut. Und sie wünschen uns eine gute Reise. Und sie geben uns einige Sachen. Zwei Raketen. Droneport. Und 21 Taken. Das ist gut. Nehmen wir gerne an. Kann ich zumindest schon mal die erste Powerbar dazu kaufen. Und den Rest könnte man über den Sauerstoff klären. Beziehungsweise über die Evasion. Das muss man dann ganz situationsabhängig machen. Noch ein Store. Und noch Distress. Wie machen wir es? Zack. Zack. Und zack. So, wenn wir das machen. Den Store lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Keinen Schaden genommen. Ist nicht wirklich wichtig. Und wir haben wieder ein automatisiertes Rebellenschiff vor der Nase. Was? Also meine kleine Rebellenstation rumführt. Storage Vessel with Military Goats. Das ist gut. Wir greifen hier natürlich an. Volle Hemme. Sieben Raketen. Uh. Die Waffe sieht gefährlich aus. Keine Ahnung, was das ist. Ich schieße lieber erst mal drauf. Das tut mir noch nicht weh. Die zweite Waffe macht mir Angst. Gut. Und gleich mal ein kleines Feuerchen entzündet. Auf das die Roboter singen mögen und tanzen und klatschen. Du tust mir damit nichts, Freundchen. Damit nicht. Aber ich. Ich tu dir weh. Brücke ausgeschaltet. Jetzt die Waffen. Und damit ist das Spiel erledigt. Stefanie wird hoffentlich mal ein bisschen besser. Ja, hat sie schon. Hat schon was dazu genannt. Ich weiß inzwischen, wo die Knöpfe sind. Die man zu drücken hat. Wie sieht sie in den Schilden aus? Ja. Kriegt man ein bisschen zu wenig rein. Das sind Dinge, über die ich überhaupt nicht rummeckern will. Ich habe nur gemerkt, wie das hier. Sehr schön. 34. Und jetzt können wir noch die Stationen untersuchen. Und zwei Raketen. Und nochmal Kohle. Hat richtig gut Geld gebracht. Ich kann auf jeden Fall die Schilder aufbauen. Zack. Bäm. Und mögen sie leuchten. Tun sie. Den doppelten Schild. Immer noch 33 Mäuse. Eine ziemlich fitte und umfangreiche Crew. Das ist gar nicht so schlecht. Mit den Sensoren kann man ein bisschen was machen. Kann man die Leute töten. Also ein bisschen gezielter töten. Jetzt noch den Distress. Und dann raus aus der Schose. Gibt es hier noch was? Ein paar Schiffe, die alle abhauen von einer kleinen Raumstation. Ich grüße sie und frage sie, was denn los ist. Und sie werden von gigantischen Alien-Spinnen angegriffen. Und das ist... Genau. Wir schicken trotzdem Leute los. Die Crew ist voll. Ich hoffe, es stirbt niemand. Hier sterben gerne mal Leute bei solchen Aktionen. Nach Möglichkeit können die Runden gerne den Löffel abgeben. Die greifen uns an. Ihr Team stays in control. Ja. Und wir können sie zurückschlagen. Also wir haben sie besiegt. Und niemand ist draufgegangen. Puh. Vier Treibstoff ist super. Fünf Raketen ist natürlich mein fetter, fetter Loot. Und das nehmen wir alles gerne an. Noch Kohle dazu bekommen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Nach so einem miesen Start. Manchmal muss man einfach Glück haben. Okay. Niemand verloren. Ginge das? Das ginge nicht. Ich könnte... Zack, zack, zack. Nein. Wir verabschieden uns aus diesem Sektor. Und mit dem Verabschieden aus diesem Sektor verabschiede ich mich auch aus der Folge dieses letzten... Oh, hier passiert noch was. Ich verabschiede mich gleich. Wir kommen zu einer Asteroiden Mining Colony. Ach, die haben wieder das Problem mit den... Das hatten wir ja schon in der ersten Staffel, dass die also Probleme mit ihrem Sprengstoff haben. Und die wollen fünf Raketen. Das letzte Mal ist das ja sensationell in die Hose gegangen. Ne, diesmal nie ich. Ich möchte keine fünf Raketen dafür verballern, dass die mir die Hülle reparieren, die sowieso voll ist. Was auch immer hier passieren könnte, es könnte bestimmt noch was anderes passieren. Ich riskiere es nicht. Oder ich riskiere es. Das werden sie doch nicht machen. Genau. Die haben doch hier ihre... Ihre... Okay. Colony. Upgrade the reactor by one. Yes! Ha! Ne Powerbar dazubekommen. Hat sich in etwa gelohnt. War in Ordnung. Zumindest nicht völlig daneben. Ich kann die Krankenstationen anschalten ohne Problem. Oh, ne, 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 ne. Ich setze auf mehr Evasion. Ich setze auf mehr Evasion. 35 Prozent. Und wenn der gute Junge hier vorne, sprich ich, sich mal auskäsen würde, dann wäre das auch so langsam, mal um die 40 Prozent. Das ist schon ziemlich gut. Ich fliege jetzt noch in den nächsten Sektor. Mantis oder Engie? Eine gute Frage. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge zu kämpfen. Gibt es ja auch. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Engie Controlled. Waren wir gerade in den Homeworlds. Wir fliegen in den Mantis-Sektor. Immer mitten hinein. Viel Feind, viel Ehr. Ich verabschiede mich aus dieser Folge. Noch nicht aus dieser Staffel. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und einen schönen Tag noch. Tschüss.